Moin Leute, heute wird mein Rasen belüftet. Trübes Wetter ist ideal dafür. Dazu habe ich mir ein paar Helfer eingeladen. Mit dem Swartman werde ich den Rasen vormähen, schön tief runter mähen, 1,5 bis 2 Zentimeter. Der Arlet bekommt heute die Aufgabe, den Rasen zu belüften, zu striegeln. Dafür habe ich mir die entsprechende Kassette eingesetzt. Und zu guter Letzt bekommt der Fugsteck seine Aufgabe, das einzusammeln. Erstmal gehe ich mit dem rüber und hinterher mit der Hake, dann habe ich nicht so viel zu knüppeln, denn ich will ja nicht nur diese Seite, sondern die gesamte Anlage belüften, querstrich striegeln. Warum will ich das tun? Hat die Anlage doch im Großen und Ganzen ein sehr gutes Erscheinungsbild. Aber wenn man an einigen Stellen mal dichter herangeht, die habe ich hier mit dem Fächerbesen einmal etwas höher gekämmt, dann sieht man, dass dort einiges ist, was da nicht hin soll. Das kämme ich damit raus. Und auch hier, wo der Rasen mega mega dicht ist und er blüht, ist es nicht schlecht, wenn wir ein bisschen was vom Rasen rausholen. Denn der Rasen braucht nach Photosynthese, Wasser, Luft. Und ohne Luft geht beim Rasen gar nichts. Wichtig ist die Einstellung dieser Häkchen. Die sollen nicht die Erde berühren, sondern wirklich nur durch den Rasen gehen. Hier ist es noch deutlich zu hoch eingestellt, aber auf einer glatten Stelle werde ich sie jetzt mal einstellen und auf die richtige Position bringen. Hier überprüfe ich jetzt im ersten Step, wie weit die Häkchen reingehen. Ich habe ihn fast bis nach unten gestellt. Ja, etwas tiefer könnten die noch, aber ich will euch mal zeigen. Hier erkennt man schon die Spur. Und ich hole einiges schon hoch. Und wie ihr seht, auch raus. Und jetzt ist die ganze Anlage dran. Hinterher sieht er dann erstmal aus wie so ein zerpflücktes Hühnchen. Einige Stellen habe ich mir hier reingeklappt. Aber es ist doch ein schonenderes Vorgehen als mit dem Vertikotierer. Jetzt werde ich diese Langhalme mit dem Sichelmäher alle einmal abschneiden. Was immer wieder erstaunlich ist, das sind die Mengen, die man dabei rausholt. Aber meistens ist das kein gutes Gras. Es ist wirklich nur schlechtes und es wurde Platz geschaffen. Luft kommt an den Rasen heran. Das ist wichtig. Jetzt kommt der Fuchsseck dran. Sichelmäher. Und so bekommt das Ganze jetzt langsam schon wieder ein bisschen Gesicht. Guckt euch das an. Und hier ist er rüber. Mit dem schneide ich jetzt vor. Und danach gehe ich noch einmal mit den Swartman rüber. Beide Seiten schön belüftet und dann mit dem Sichelmäher noch einmal rüber. Und jetzt kommt nochmal das Swartman und mäht hier ordentliche Streifen rein. Und in einer Woche wird man nicht mehr sehen, dass ich hier belüftet habe und dass hier kleine Löcherchen entstanden sind. Rasen braucht Luft. Ohne Luft geht nichts. Beide Seiten schön belüftet und dann mit dem Sichelmäher noch einmal rüber. Also, merkt euch, wenn kein Rasenfilz vorhanden ist, dann braucht ihr auch nicht zu vertikotieren, dann langt Lüften völlig aus. Mit dem Vertikotieren holt ihr zu viel guten Rasen raus. Beim Belüften nicht. Noch mal eine kleine Demo, was der Belüfter eigentlich macht. Ganz wenig Platz. Der Rasen wird also richtig durchgekämmt. Oder wie ich vorhin sagte, gestriegelt. Und das kann dann daraus werden. Das macht dann auch immer wieder Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer New Wonder.